Das ist Tamako. Ich stehe Ihnen zu Diensten, Fräulein. Verdammte Scheiße. Ich hatte mir nicht gesagt, dass sie so schön ist. Der Tagesablauf der Lady ist simpel. Sie geht entweder spazieren oder sie liest dem Herren etwas vor. Das scharfsämmige Dienstmädchen ist für einen Moment nach draußen gegangen. Was hat der Graf denn über mich gesagt? Suke werde ich als Maus dort einschleusen. Während sie der Herr hartnäckig umschmeichelt. Du bleibst ständig an ihrer Seite und bringst sie ganz behutsam dazu, sich zu verlieben. Willst du dann immer noch, dass ich ihn heirate? Sie werden ihn noch nie, ja? Alles in Ordnung. Alle spielen ihre Rollen so verdammt gut. Ich hatte sie fast so weit und du vermasselst es! Es ist mir egal, ob du fluchst oder stielst. Doch ich will nicht, dass du mich belügst. Was ist nun mit diesen Weibern? Sehr schön. Hast lange gebraucht, bis du fragst. Und, warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Und, warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Und, warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben? Und, warum hast du dein Leben auf der Erde aufgegeben?